Schau mal, ob die Tür öffnen ist. Lass mal bestimmt noch einen Test. Alle Mann durchs Fenster? Alle Mann durchs Fenster? What? Da machst nur einen Lärm. Ja, warte. Was wir gerade erleben, nehmen diese Party ein Fenster, haben noch andere Leute auch noch eine Party, gerade am Laufen. Wir sind in einer alten Fabrik. Keine Ahnung, was es hier läuft. Löcher. Hier scheint Party los zu können. Das sieht fast wie ein Silo aus. Oh, diese Schraubsdinger. Ja. 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 Da war Arma. Wie fließt. Wir sind so gut. Auf der andere Seite schon mal. Wir sind so süß. Da sind sie nicht so süß. Vögen. Das war's. Letz. Das war's. Du kleinen Kiddies, du kleinen Kiddies, komm mal hier lang, komm mal hoch, lass dich mal durchgucken, mach das Licht aus. Ich will auch meinen Pings. Lass uns mal rein. Lass uns mal rein, Bess. Ey, die sind alle mit der Hähne. Männer, jährlich. Ja, so, okay, geh rein. Geh rein. Mahlzeit. Ja, darf man fragen, bis sie los ist? Darf man fragen, bis sie los ist? Nichts. Wir sind von der Puppe Zeit, ja. Gibt es hier eigentlich noch mehr Teile, wo man reinkommt, oder nur der eine Block hier? Ja, das hat sich doch interessanter. Waren Sie schon nach oben? Nee. Also, wir können hier ganz runter, dann gehen Sie nach oben. Dann gehen Sie gerade aus, also. Ja, und dann sind auch mal die Treppe hoch, dann schieß ich gar nicht, stimmt. Okay. Oder, also, wir müssen uns mal ausgerichtet sein. Außer noch da drüben, gegenüber den so einem Bunker. Was ist denn mit der Villa da hinten auf der Wiese? Ja. Ja. Sagt der Bauer was? Nein. Nein? Das ist leer, da sind ja einfach schön. Okay. Ich wollte mal eine alte Sache bringen, und das konnte es nicht. Okay, guck mal hier. Alles klar. Äh, das ist gut. Gehen wir mal weiter. Viel Spaß noch. Du möchtest wirklich nicht, dass wir jetzt nach Autogramm gefragt werden. Ja, das sind die Leute. Süß. Ganz süß. Ganz süß. Ganz süß. Aber ich schätze mich, wenn es da ganz rein verpisst, weißt du? Ja, ne? Ja, die sind eine Tasche da drunter. Ich wollte nicht mal schlug, da hätte ich das auch gebrochen. Ey Leute, wie heißt das? Bist auf YouTube. Ich mag's etwas. Da hab ich ein ganz großer Freund davon. So. Jetzt müssen wir erstmal die anderen wiederfinden. Die irgendwo sind. Ja. Ja. quasi. Wo seid ihr denn? Am Auto schon? Ja. Ich bin da eben noch in der Boote drin. Die Kitties haben wir... Ne, also von ihr glaubt das nicht. Da muss ich ja schon rausblättern. Hm? Die Kitties haben nämlich noch in das Beste raten. Aber ich komme jetzt gleich mal raus. Was? Hunger. Hat sie jetzt Hunger? Hat sie jetzt doch Hunger? Fühlst du noch? Ja, ich will noch. Hat sie jetzt ernsthaft gesagt zu mir, sie hat Hunger? Ja. Aber vorher? Nee. Ich hab genug Hunger. Frauen. Das letzte Abenteuer der Menschheit. Das letzte Abenteuer? Ja. Also gibt's nur nicht viel Zeit. Ich bin selber seit dreieinhalb Jahren dabei.